Nächste Aufnahme. Oh, Betting Center, ja. Drohnenrennen. Und es darf gedartet werden. Und was ist Paradise VR? Ist hier nicht normalerweise Bowling? Oder ist das Bowling? Lullaby bei Yong. Wir werden auch mal Yong testen. Na, komm. Spring doch, du. Hast du gesoffen? Ich teste gerade den Wurf, aber der will nicht. Ich bin ein Wurf. Geht doch. Warum ist dann Kamuro-Tho-Kamuro-Kamuro-Theater? Children's Park. Und jetzt ein paar Spiele. Am genau. War Sie mit, Schuss und Schuss... Schuss. Sie sind hier. Das geht. Ich bin ein, was ich jetzt war. Ich bin ein police. Hm, Bronzeteller. So ein tolles VR-Spiel. Das ist nur Serena. Hallo, ich will was trinken. Nein, ich will keinen Bock auf euch. Kann ich das nicht nutzen? Was ist das hier für ein Saftladen? Ich will was spielen. Race wieder. Naja, vielleicht später. Vielleicht kann ich das wirklich noch nicht. Vielleicht in Kapitel 2 erst. Also auf jeden Fall hat sich der Theater Square komplett verändert. Das ist mir in 7 schon aufgefallen. Da stand nämlich vorher nicht da. Da stand vorher was anderes. Was ist das hier? Es geht da unten rein. Kann ich aber bestimmt auch noch nichts machen. Hallo, ich will da rein. Nein. Ganz falsch. Oh, nein, meine Menschen. Ja, man, ich will das elephant bardzo你要 sehen. Wow. Oh, jhe Bettien. Was ist denn mit dir passiert? Das ist so geil! Habt ihr den fliegen sehen? Voll aus der Kamera geflogen! Das ist mein Frust. Ich habe mich seit drei Jahren verletzten. Der Gesicht hat ein bisschen verändert. Hallo, Yagami. Hoshino, wie ist das? Hier ist es bereits. Ja, Sie können es gut sein. Das ist gut, oder? Du bist auch in der Klasse der Klasse. Du bist doch auch in einem großen Klasse. Dann kannst du es mit einem großen Klasse. Nein, was du? Du hörst mich. Ich bin der Klasse. Genda-Klasse, wie geht es? Ich habe drei von meinen Eltern und die Eltern aus der Klasse. Der Klasse ist auch der Klasse. Ich habe mich als Klasse. Ich bin der Klasse. Und er hat sich in der Arbeit gearbeitet. Oh, das war's für mich. Wauw, bitte was? Ein halber ist noch da! Wieso führt die Map da hin, wenn ich da nicht hin kann? Das ist mein Arzt, oder? Ich glaube, dass es nicht mehr Arzt ist. Das ist kein Arzt, oder? Es ist kein Arzt. Es ist eigentlich ein Arzt, von mir. Na, Yagami. Ja? Du bist nicht wieder an den Begriff? Es ist nicht. Es ist egal. Es ist egal. Guck mal, dass mein Arzt... Das ist ein Arzt. Es ist ein Arzt, oder ein Arzt. Ich glaube, es ist nicht so verletziert. Es ist egal. Das ist kein Arzt. Es ist ein Arzt. Es ist nicht das, was du. Es ist... Ah, diese Stelle. Okay. Also es ist geklippt. Danke, silly. Ich glaube eh, dass das nächste Best-of so ein Best-of-Yakuza wird. Weil ich fast nur Yakuza-Clips hab. Ich habe die Zeit, die ich dir. Wenn ich jetzt die Zeit, ich habe keine Handwerks. Ich habe nur noch Geld, ich habe nur noch Geld. Entschuldigung. Oh, was ich? Was ist das? Diese Sendung wurde vom hr untertitelt. Ich habe keine Verpflichtung im Hintergrund, oder? Ich habe das Bedeutung, oder? Wir haben auch noch 3 Jahre. Herr Künstler hat sich in der Karreise des Hauptsberg. Ich sage sofort, dass ich Sie wollte. Der war am Karreise des Hauptsbergsberg? Ja, die war in der Karreise. das ist auch authentisch also wir sind hier in japan die lippen bewegen sich natürlich der japanischen synchro am besten und es passt halt auch besser werde wer das spiel auf englisch spielt warum warum tut man sowas na gut wenn man wenn man jetzt in amerika wohnt ist es okay aber ich glaube selbst da gibt es bestimmt einige die die original japanische vertonung nehmen ich kann zum beispiel englische synchro auf jeden fall teilweise nicht so bei manchen spielen nie habe ich auch auf japanisch gespielt das einzige wo ich auf englisch stelle ist wenn es auch so ein bisschen britisch englisch ist das hört sich für mich auch immer so genial an wie bei xenoblade der fall war mit ihr weg mit ihr und es gibt auch so verdammt gute japanische sprecher und mittlerweile höre ich auch immer die stimmen heraus siebenen mai俺が神楽町で初めてバイトしてた店 master はその頃から老けてたのか 今もあまり変わってない 多忙か 多くに新たに先生来てるよ auch仕事の話なんだ また来ちゃった amma 飲み過ぎんなよまりねー あの人 ターボーの連れなの 仕事相手 今日のクライアント うちの仕事の欲しけりゃ もっと早く来い 遅すぎんぞ 急な呼び出しに遅刻もないだろう 妙な先輩風はよしてくれ いっぱい飲ませてもらいます 俺の金でか いや 源田事務所の交際費ってことだよ 登場会の松金組若頭 羽村京平 お前はよく知ってるな 今日もさっきあったよ 羽村の頭が依頼人? ああ 逮捕された 殺人とした意義でな マジで? マジだよ で 松金組から うちに弁護の依頼が来ちまったんだ まあ 松金の組長は 裁判事じゃ ずっと 源田先生を頼りにしてきたからな でも 今回はなんであんたか? はぁ 源田先生が 俺の名刺 渡してたらしくてよ たっ なんで俺がヤクザの弁護なんて ご収拾様 ああ 死体の目がえぐられてたって 例の事件だ 警察は羽村を その犯人と見ている でかい事件だな 今までに目をえぐられたヤクザは3人 だから 少し悪いんだろうが 今回のだけでも片付けてるんだろう だーせ 被害者はヤクザだ 世間もうるさくは言わん ご収拾様の Die Chance auf einen SP-Bodus wird die Anzahl der belohnten Antworten auf der rechten Seite angezeigt. Die Anzahl der Sterne steht für die Anzahl der besten Antworten aus dieser Auswahl. Um... Die Anzahl der Anzahl der Jäkse auf dem Tag war. Und zwar das auch ein von Hamura. Was noch ein Grund? Das ist die Zeitpunkt der Fall, Hamura hat sich mit den Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahl der Anzahlung. Das ist die Anzahl der Anzahlung mit den Anzahlung. Was hat der Fall gesagt, Hamura? Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich das nicht gemacht habe. Ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich das nicht verletzt habe. Dann soll ich das nicht verletzen? Aber hier hätte ich wahrscheinlich... Ich hätte eh alles auswählen können. Aber... Ich glaube, hier war es so... Einfach keine dummen Fragen stellen, ja. Aber hier durfte ich alles anwählen, also hier gibt es noch nicht so wirklich dumme Fragen, glaube ich. Das kommt noch, das ist halt Tutorial, ne? Ich habe wieder Hunger. Ich glaube, ich mache mir gleich noch den Rest. Deine Verlagte wurden neue Informationen hinzugefügt. Ich habe wieder Hunger. Ich glaube, ich mache mir gleich noch den Rest. Deine Verlagte wurden neue Informationen hinzugefügt. Kamurocho Serie. Person von Interesse aktualisiert. Fall zusammen... Also aktualisiert. Ja, ja, ja. Fallakte. Hauptwahl. Menschen... Kokyohei Hamura. Verdächtig. Ich wusste schon, der Name kommt mir bekannt vor. Captain der Matsugane Familie, ein Ableger des Tojo Clans. Die kennen wir aber noch nicht, die Matsugane Familie. Obwohl... Der Tojo Clan ist riesig. Der Tojo Clan ist riesig. Da kann man einfach mal so eine neue Familie aus dem Nichts erschaffen. Dann wurde er Mitglied des Kyurei Clans in einem Wildcontainer da. Warum ist eigentlich immer Weihnachten, wenn... Ja, nur kurz vor Weihnachten, wenn ein Yakuza-Teil rauskommt oder so. Oder spielt ein Yakuza-Teil oder Spinoff oder so. Na egal. Einstellungen. Ach, den Schwierigkeitsgrad kann ich sogar noch ändern. Blutlevel. Milder. Kommt weg. Untertitel. Ach, sofort. Audio-Einstellungen. Sind eigentlich die Audio-Einstellungen... Gut. Das war doch immer noch nicht so schön. Was war, wenn man gerade noch mal gilt? Nein. Das war so. Hopp! Man geht's. Deine Mann. Man willância sehr wenden. Man kann auch einen Job machen. Man kann man da oder nicht als Arbeit machen. Man kann es nur noch sein. Man kann das uns die Arbeit machen. Man kann es blank. Okay, jetzt müssen wir außerhalb.